Ein Ford Transit Sustum steht hier zum Verkauf. Neun Personen haben in diesem weißen 5 Thüringen Bind Platz. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Start-Top-Automatik, Bordcomputer und vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 101 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 25.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.